Musik Trotz der Versuche von Katar um die Vereinigten Arabischen Emiraten in der Entdeckung der amerikanischen Raketen Javelin in der Stadt Gharyana, südlich in der libyschen Hauptstadt zu bringen. Und holte die Afrika Intelligenz-Webseite in der Nähe der westlichen Geheimdienste Neubeweise von der Beteiligung von Katar an der Koordination mit der Regierung von Faiz al-Saraj, indem er ihm die amerikanische Raketen gab, um die Marsch der libyschen Armee in ihrem Kampf zu blockieren, um Tarablus aus dem Handy der terroristischen Milizien zu befreien, die von Katar und der Türkei unterstützt. Und die Nachrichtenseite entholte die Versuche von Al-Hamdin-Organisationen, um die Vereinigten Arabischen Emiraten in die Verwürfe zu verwirken, um diese Raketen in der libyschen Stadt zu finden und die libyschen Nationalarme zu versorgen. Und erklärte die verdachtige Beziehungen zwischen Faiz al-Saraj und Michael Solman, ein Barkenner von Mercury Firma, für die öffentlichen Angelegenheiten und ein leitender Berater des amerikanischen Senator Robert Minden, der forderte, um eine Anfrage über diese Raketen einzuleiten. Und die Verwürfe als Raiz hatte einen Vortrag mit dem Unternehmen abgeschlossen, das auf den Gebieten der Öffentlichkeitsarbeit tätig ist, um zu versuchen, um die amerikanische Positionen vor der libyschen Nationalarme zu ändern und die Situationen zu seinen Genüssten und den Zugenüsten seiner Milizien zu finden, die von Katar und der Türkei unterstützte. Und als Raiz Milizien hatte Kriegeverbrechen in Garian begonnen, und diese Milizien strömten die Stadt mit türkischem Luftschutz und den toten Dozenten vom Opfer der libyschen Armen, mit der Unterstützung von die schädischen Soldaten. Und nach der Herrichtung ihres Verbrechen beschuldigte die Alufak Regierung in Trablus die libyschen Armen und behauptete, dass die libyschen Armen die Einwandererunterkunft in Tajura bombardiert hatte und die Ereignisse des Garians zu decken.